So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Minus. Ich bin mal einen Tag da, einen Tag nicht, einen Tag da, einen Tag nicht, dann wieder zehn Tage nicht und überhaupt. Und muss jetzt schon wieder vorproduzieren, irgendwas fürs Wochenende, was passt da besser als eine Folge Ramses Minus. Wir sind nämlich eh in der Hyperliga angelangt, ich habe das in der letzten Folge Ramses Minus schon gesagt. Mittwochstag hätte ich das nicht an einem Mittwoch aufgenommen, sondern erst an einem Donnerstag, für Freitag, dann hätte ich sogar statt einer zweiten Superliga-Folge eine Hyperliga-Folge bringen können. Aber jetzt nehme ich das auch wieder am Mittwoch auf, weil ich nicht daraus lerne und mache eine Folge Hyperliga. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen immer mal markiert gehabt hier mit HHHH. Ihr kennt nochmal mein Team, was ich eigentlich immer nehme und zwar habe ich meistens hier so ein Giratina drin mit Feuerode im Schattenstoß. Drachenklaue, das tun wir mal rein. Ein Maromai mit Kondakreuz-Sieb und Steinhagel. Eigentlich hatte ich noch ein Kryptomaromai, was halt eigentlich mehr Schaden machen soll, aber wahrscheinlich habe ich das letztens aus Versehen gepusht. Deswegen ist das jetzt nicht mehr hier drin. Und ein Labras mit Eissplitter, Eisstrahl, Surfer. Kein einziges Pokémon davon hat irgendwelche GBL-IV. Hunderer sind da meistens auch nicht dabei, weil die Hunderer pushe ich ja immer auf Level 50. Das heißt, das ist irgendwas. Und weil ich Hunderer auf 50 pushe und sonst nichts aufhebe außer Shinies, sind bei mir die meisten Dinger hier dann eben Shinies, die nicht gepusht sind, weil sie keine Hunderer sind. Starten wir jetzt also mal rein. Wir sind nämlich momentan immer noch Rang 7. Nach zwei Folgen und zweimal Spielen. Ich habe es jetzt wirklich nur im Chat, nur im Video hier gespielt. 19 Siege, 30 Kämpfe, längste Serie 6. Wir sind jetzt hier beim Rang 7. Gehen direkt mal rein, was wir hier haben. Hyperliga, Team ist gewählt. Wahrscheinlich drei Sets, eine Stunde wieder irgendwas. Habe schon gelesen, da hat einer rumgemault. Das ist so lange, das kannst du dir gar nicht angucken. Aber der Rest, also 99,9% sagen Beste. Eine Stunde immer Kopf aus, hingucken und dann ausrasten. Das ist blöd, weil der kämpft hier mit Geist, gegen meinen Geist. Also schlage ich mit Kampf gegen den Bauch. Er kommt mit Felinara, als wäre es eben nicht schon schlimm genug gewesen. Der Erste, der wechselt, verliert. Ich habe zuerst gewechselt, deshalb werde ich dieses Match auch nicht gewinnen. Wir müssen ja optimistisch sein. So, Felinara hat gut einen eingesteckt mit Steinhagel. Er wusste ja wahrscheinlich, dass er es überlebt. Bringt mich hier um. Ich brauche nicht auf mein Giratina gehen, sonst kommt er mit seinem Relaxo wieder rein. Ich habe jetzt nur noch das Labras. Er weiß alles von mir. Ich habe die Hose schon ausgezogen. Ja, das heißt, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich bin ja immer froh, wenn ich drei von fünf gewinne für eben. Ach komm, mach. Hau einfach raus. Für die Pokémon-Belohnung. Wenn ich jetzt nochmal gewartet hätte, der hätte mich umgebracht. Bei so wenig Energie macht man eigentlich keinen Move. Ich habe aber trotzdem einen Move gemacht. Was mache ich bei Relaxo? Ich habe die Hydro-Pumpe voll. Ich habe den Eis strahlvoll. Wir probieren uns mal rein. Mit der Hydro-Pumpe macht ein bisschen Schaden. Und ansonsten muss ich, ich muss meinen Labras schützen. Ich habe nur noch Labras. Ich weiß ja nicht, was er noch hat. Sein drittes Pokémon. Vielleicht kann ich da mit dem Giratina noch was aus. Nein, er ist schon wieder fertig. Jawohl, was macht er? Ich gehe auf, ich muss, ich muss Body-Slamen. Macht vielleicht nicht viel Schaden, aber ich habe Schiss. Und er hat noch zwei Schilder. Und ich habe kein Schild mehr. Also eigentlich kann ich es aufgeben. Aber wir gucken uns mal an, was er noch so hat. Das interessiert mich nämlich. Vielleicht kommen wir da jetzt noch hin. Jetzt hat er nämlich auch geschildert. Macht noch einen Body-Slamen. Dann sehe ich auch gleich mal, wie viel das abzieht. Und ob das überhaupt was abzieht. Kratzt sich da am Bauch. Hui, befasst tot. Gut, Move kommt nicht mehr zum Einsatz. Er schlägert mich weiter zu Boden. Und hier haben wir ein Toggle-Kiss. Hm, das heißt, er hat zwei Feen im Team gehabt und einen Geist. Das ist aber, das ist aber schwach. Dass der sich überhaupt traut, damit anzudrehen. Und gewinnt er natürlich trotzdem. Ja, ich denke mal, das war's. Da brauche ich gar nicht weiter hingucken. Das ist auf jeden Fall ein super genialer Start gewesen. Antik-Kraft. Mach ruhig. Seid ihr gegönnt. Ich hoffe, das zweite Match läuft besser. Wehe, ich warte nur drauf, dass die Meisterliga zurückkommt. Und ja, ich bin halt Raider. Ich bin kein GBLer. Ich bin Raider. Und in der GBL kann man trotzdem als Raider was reisen. Wenn man halt eben, in der GBL sind viele Legendäre vertreten, die gerade in 100% und auch 50% natürlich Vorteile haben. Deswegen hat ein Raider in der GBL-Meisterliga trotzdem gut mit... Was macht der da mitzubürgen? Da bleiben wir einfach mal drin, weil er macht kaum Schaden. Wir machen zwar auch kaum Schaden, aber ihr wisst, wer zuerst wechselt, verliert. Müssen wir also drin bleiben. In der Hoffnung, dass er... Oh, er wechselt auf. Was ist das wieder? Relaxo. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich auf. Wunderbar. So hätte das vorhin sein müssen. Du machst jetzt hier auch... Was machst du? Body... Cam... Bodyslam. Ist doch bestimmt nicht schlimm, oder? Alter. Lädt den halt sehr fix auf. Aber ich mach trotzdem gut Schaden. Und wenn er schon... Er ist ja geflohen. Vor... Vor meinem Giratina. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Ich würde den nächsten Bodyslam, wenn er einen machen will, auch abwehren. Ja. Damit ich hier nämlich mit ihm noch was mache. Den... Machomei gegen... Sumpex würde ja auch... Erstmal Schaden machen. Sage ich einfach mal. Bevor der mich jetzt umbringt. Oder mir das nächste Schild rauslockt. Klatsch mal drauf. Ich denke mal, er lässt es durch. Ja. Holt der Sumpex wieder rein. Ja. Macht jetzt auch Move. Lass ich es durch. Ich lass es mal durch. Tu ihn halt weg. Er ist tot. Wir könnten jetzt mit Lavaras schon rein. Aber er hat ja Angst gehabt. Er hat ja Angst gehabt vor unserem Giratina. Deswegen holen wir natürlich wieder Giratina. So. Machen wir mit Giratina den Rest. Wir dürfen nämlich noch nicht alles verraten. Ich kenne sein drittes Pokémon ja auch nicht. Einmal geschildet noch. Ich habe auch ein Schild. Das ist schön. Lass mal es jetzt durch. Sollte ich mich schützen? Macht er Aquahaubitze. Er macht Aquahaubitze. Zum Glück hat man nicht geschildet. Und er hat... Was ist das? Pflanze und Stahl. Haben wir noch einen Geist-Move übrig? Eis gegen Pflanze. Gut. Aber er... Weiß nicht, was der so hat. Das macht ja kaum Schaden. Komme ich nochmal drauf? Lass ich es durch? Ich muss mir... Ich lasse es mal durch. Ich muss mir mal angucken, was der für einen Move hat. Das ist Blattgeisel. Okay. Macht nicht viel. Dann kann ich auch nochmal auf Geist gehen. Ich lasse es nochmal durch. Dann machst du bestimmt nochmal Blattgeisel. Aber vielleicht überlebe ich es noch. Ja, ich überlebe es noch. Jetzt kann ich hoffentlich meinen Geist... So. Und den Rest... Den Rest, der jetzt übrig ist mit Labras. Seiner sofortattacke vielleicht irgendwie. Aber ich muss mein letztes Schild rausziehen. Sehe ich jetzt schon. Letztes Schild. Incoming. Blattgeisel wird wahrscheinlich richtig verheerend für mich. Im Endeffekt macht er jetzt zwei. Ich schilde einfach mal. Auf Nummer sicher. Ja. Schilde mal. Bis der Tod ist. Naja. Bis der Tod ist. Ich hebe mir den Rest auch auf. Jetzt kommt er mit Zoom-Packs rein. Ah. Und macht einen Move. Obwohl meiner schon voll war. Hätte ich den einfach weggehauen. Und den Rest da drauf. Wenn der mich jetzt schädigt. Und der andere reinkommt. Und dann noch sowas macht. Dann will ich jetzt keinen Move machen. Dann versuch jetzt den so durchzustehen. Er steht durch und jetzt direkt drauf. Auf Eis. Eisstrahl. Nein. Er darf zuerst. Ten-Tan-Tel. Nein. Bitte. Du hast zwar Pflanze. Ja. Aber das darf jetzt nicht so stark sein. Jetzt mach einen Eisstrahl. Bitte. Gegen die Pflanze. Ich hoffe. Ich hoffe der Stahlanteil interessiert nicht. Ja. Sieht gut aus. Er ist weg. Eins zu eins. Herrgott. Das heißt. Noch drei Matches. Es ist noch alles offen. Ich kann noch die Pokémon-Belohnung auf diesem Ranking erhalten. Nächster Kampf natürlich. Herr damit. Was ist Psycho Cup? Darfst du alles nehmen bis auf Mew. Wahrscheinlich. Irgendwann habe ich das am Anfang, als die Season gewechselt hat, mal kurz mir durchgelesen, vorgelesen, angelesen. Aber merkt sich ja keiner. Es ist so viel immer. So viel auf einmal. Mew 2. Mit Spukball. Aber wir auch mit Geist. Komm, du wechselst raus. Ja, er wechselt raus. Und er wechselt auch auf Giratina. Ja, mit Maromai brauche ich da jetzt nicht kommen. Das wissen wir schon mal. Ich versuche mal ein bisschen zu überleben. Da wir gegen... Ja, das war gut. Der hätte nämlich doch reingehauen. Vielleicht schaffen wir den Rest runter und haben schon wieder einen Move voll. Und können gegen Mew 2... Da ist nämlich Mew 2. Gegen Mew 2 jetzt einen Schattenstoß machen. Auch als Geist. Ansonsten nochmal Labras, der sich dann besiegen lassen kann. Hier. Sieht gut aus. Machen wir weiter hier. Der macht ja jetzt... Ja, aber wenn der einen Spukball droppt, dann liege ich doch in der Ecke. Der darf keinen Spukball... Er macht psych... Hat der überhaupt Spukball? Habe ich jetzt umsonst gewechselt. Ich wechsel jetzt einfach mal raus. Und wir sind bei Sumpex. Okay. Ich möchte nämlich nicht. Ich wollte... Ich dachte, er macht einfach seinen Move und trifft dann meinen Labras und ist verdutzt, weil er denkt... Wo ist denn jetzt das Giratina hin? Und dann hat er keinen Move mehr. Ich komme wieder rein und greife dann mit dem Geist einfach auf das Mew 2 drauf. Aber er ist leider auch rausgewechselt. Hat jetzt... Wir sind beide rosa. Das sieht gut aus. Sumpex Aquahobitze. Ist jetzt nicht so schlimm. Gehen trotzdem auf Nummer sicher. Hauen ihn raus. Beziehungsweise hat er noch ein Schild? Ich habe gerade gar nicht geguckt. Schild? Ja, Schild ist da. Jetzt ist kein Schild mehr da. Wenn er nur nochmal eine Aquahobitze hat, dürfte das jetzt nicht so schlimm sein. Er könnte auch Erdbeben haben. Aber Maromai macht den Rest. Ich sage es euch. Maromai macht den Rest. Er macht gefühlt gar nichts. Doch, er macht nochmal. Aquahobitze, oder? Was macht er da? Ich würde ja gerne mit dem normalen Move den Rest machen. Ich kann aber auch... Guck mal, ich kann hier zack. Ich kann Maromai reinholen. Und jetzt hat er wieder Mew 2 und jetzt bringt er mich um. Das hat nicht so funktioniert. Ich habe gedacht, ich wechsle schnell rein, mache den Rest mit Maromai und hebe mir den vollen Move einfach auf. Aber er hat jetzt einen Move gemacht. Das heißt, jetzt kann ich bestimmt Schattenstoß machen. Und er hat kein Schild mehr und ist mir schutzlos ausgeliefert. Kommst du her? Gieriges Tina. Zeig mal, was du kannst. Sehr effektiv. Und jetzt den Rest bei Sumpex, bitte. Und es ist fort. Wunderbar. Das heißt, 2 zu 1. Noch zwei Möglichkeiten. Einen dritten Sieg zu holen für die Pokémon-Belohnung. Man könnte ja auch mal so eine Umfrage starten. Ramses Minus. Eine Stunde, drei Sets. Ist das zu viel? Reicht es, ein Set zu spielen? Weil man sich das besser angucken kann. Obwohl... Ich hau das ja mal an Tagen raus, wo kein Stream kommt. Und wenn kein Stream kommt, ist ja eigentlich mehr Zeit, auch einfach mal eine Stunde so ein Video laufen zu lassen. Unlicht und normal. Ich mach grad Gutschaden. Aber irgendwie hat er grad gewechselt. Sehe ich grad. Auf Primarene. Primarene, Primarene. Den wechsel ich auch. Nämlich auf Labras. Bevor er hier meinen Hund in der Pfanne verrückt macht. Was mach ich jetzt? Komm ich jetzt mit Surfer? Das Ding ist ja selber... Das ist ja schön. Das ist ja selber Wasser, ne? Ich hätte auf Eisstrahl vielleicht gehen sollen. Ach, was weiß ich. Der denkt eh, was der macht, kann ich auch. Ich mach einfach meinen zweiten Schild weg. So. Jetzt kann ich immer noch versuchen, auf Eisstrahl zu gehen. Falls er mal angreift, lockt man es einfach ab. Er greift gar nicht an. Doch jetzt. Da würde ich bestimmt sterben. Und hab dann aber einfach einen Eisstrahl. Der ihn nackig trifft. Adi, Schatz. Oh mein Gott. Das ist so spannend. Ich weiß. So. Adi hat grad gegessen. Zum Verdauen muss er immer auf den Tisch hüpfen. Solange er jetzt keine Würstchen hierher macht, ist alles gut. Das würde mich nämlich sonst ablenken. So. Jetzt aber ein Surfer hinterher. Das ist zwar Wasser gegen Wasser. Aber so ein Surfer, unerwartet, müsste auch das Primarene wegfegen. Guck. Weg. Und er kommt wieder mit seinem Barrikadax. Und ich weiß schon genau, was ich gegen das Barrikadax hole. Dafür habe ich doch meinen Maromai dabei. So. Du bist weg. Und wenn er jetzt wechselt, kann ich ja auch wechseln. Was hat er als erstes gehabt? Ach, er hat als erstes Barrikadax. Also egal. Hau mal drauf. Eins, zwei, drei. Wechselt er? Weil ich kann auch wechseln. Ich kann auch wechseln. Und er hat kein Schild mehr. Und ich schilde jetzt. Damit ich mit einem vollen Steinhagel auf was auch immer danach kommt, angreifen kann. Soll ich einfach Steinhagel drücken? Ne, wir gucken erstmal kurz, was kommt. Es ist was Fliegendes. Ich habe nicht mal gekannt, was es ist. Ein. Uh. Togekiss. Mann. Schaffen wir noch einen Steinhagel? Dann hat Maromai Togekiss besiegt. Was eigentlich unmöglich ist. Aber mit so guter Vorbereitung, ne. Da guckt er in die Röhre. Es ist was Fliegendes. Das müsste auch der Titel sein, weil... Wo schreibe ich mir das hin? Habe ich wieder kein Handy am Start. Ob ich mir das merke? Es ist was Fliegendes. Nächster kam. Fyperliga. Fertig. Was ist das? Habe ich hier nicht irgendwo mal einen Stift oder so? Es ist was Fliegendes. Das sollte jetzt auf die Hand geschrieben sein. Das kann man sich eh nicht. Was ist das? Auch wieder was Fliegendes. Togekiss. Äh. Fluuu. Wir wechseln einfach mal auf Labras. Und dann kommt er bestimmt auch mit einem Wechsel um die Ecke. Nein. Er wartet. Und er hat jetzt Stahl. Und Wasser. Im Poleon. In der Meisterliga. Es ist wirklich ein... Mach um mal los. Los, los. Ich muss rein wechseln. Hm. Das ist wieder so ein Ding, wo ich da stehe und denke mir so... Was machst du da? Aquahubitze. Was ist stärker? Aquahubitze-Surfer. Ja. Es blättern uns einfach nass. Aber... Jetzt nervt mich das Togekiss von ihm zum Beispiel. Weil ich weiß, dass mir das dann zum Verhängnis wird. Weil ich nicht gut vorbereiten kann. Ich bin zwar gerade hier mit dem Labras. Aber wenn ich sterbe und mit dem Aromai... Einen Steinhagel aufladen. Aber dann hat es ja immer noch zwei Schilde. Das ist es ja. Es hat ja noch zwei Schilde. Und ich habe natürlich auch... Zwei Schilde. Ich schilde einmal ab. Das Labras muss irgendwie überleben. Vielleicht komme ich ja aufs Machomai drauf. Kann nichts wechseln. Das kaputt hauen. Wenigstens ein Schild bei ihm rauslocken. Später mit einem Eisstrahl oder sowas. Aufs Togekiss. Nehm dem... Ein Schild... Weg. Weg. Jetzt. So. Ein Schild weg. Genau. Ja, und dann bin ich auch schon tot. Hat also jetzt nicht so viel gebracht. Meinen Drachen wieder reinholen bringt nichts. Oder hat er was gemacht? Dauert bestimmt 300.000 Jahre, bis der sein Move voll hat. Als ob der Zauberschein hätte jetzt. Der hat bestimmt Antikkraft. Und das ist nicht so schlimm. Das heißt, ich versuche jetzt mal auf Schattenstoß zu gehen. Vielleicht auch, wenn es nur das zweite Schild ist, was weg soll. Um unbedingt beim Labras... Das Togekiss zu vernichten. Das ist mein Plan. Kann ich jetzt auf Labras... Und kann ich jetzt einen Surfer machen... Ich habe zwar jetzt keinen Eisstrahl, aber ein Surfer ist, glaube ich, auch gut, um das irgendwie zu vernichten. Ich muss mein Schild nehmen. Ich muss den Surfer vollkriegen und muss das Togekiss aus der Bahn werfen. Und dann bin ich gespannt, was als letztes kommt. So, das ist fort. Und es ist ein... Oh. Donupto. Flammen. Flammen und... Ein Surfer ging durch. Wurde noch voll. Das war mega knapp. Oh mein Gott. Und, wie viel macht es? Ganz viel. Er ist natürlich jetzt halb voll. Wir kommen hier mit Bronco Buster, aber er hat seinen Move geladen. Okay, okay, okay. Hätte sein können. Bisschen mehr. Drache drauf. Lohe Kanonade. Ne, das war nichts. Aber, 3 zu 2. Heißt, Pokémon-Belohnung ist am Start. Und ich hätte jetzt schon wieder vergessen, wie es heißt. Wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. Ein Elect-Tag. Hauen wir mal das Elect-Tag rein. Wenn es nicht draußen steht. Es ist was Fliegendes. So steht es auf der Hand. Es ist was Fliegendes. So. Bewerten. Verschicken. Ja. Weg damit. Wir steigen auf 8. Wir kommen auf. Ja, nach der Runde müssen wir sowieso auf die 9 kommen. Das heißt, wir schaffen heute noch 10. Und 10 ist schon mal die Hälfte von dem, was ich eigentlich machen will. Und das innerhalb von einem Monat. Obwohl noch 3 Monate, äh, noch 2 Monate dann übrig sind. Also, passt doch. Wunderbar. Man muss gar nicht so oft spielen. Man muss eigentlich nur spielen, wenn man ein Video macht. Einmal die Woche. Und dann reicht das auch aus. Äh. Was mache ich jetzt gerade? Nachthara. Weha, Maromai, sehr schön. Aber ihr wisst, wer wechselt, verliert. Was macht er? Er kommt jetzt mit Schattenstoß. Ne, mit Nachtschattengewächs. Er kommt mit Schmarotzer. Das ist nicht so gut für mich. Ich probiere es jetzt trotzdem mal mit dem Wechsel. Und sehe schon, wie er abhaut. Genau. Und jetzt auf Bisaflor Steine werfen. Der kann natürlich sehr schnell sein Flora-Statue aufladen. Und dann ist er wieder gefährlich. Und ich brauche jetzt auch kein Labras. Und naja, ich hasse das. Na, 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 na. Im Zweiten würde ich sogar, je nachdem, was er fertig ist, ich brauche das. Ich muss das. Machomai muss jetzt überleben und muss das Bisaflor raushauen, damit es nochmal gegen Nachthara antreten kann. So. Er wird es sicherlich schilden. Wundert mich ja eh, dass er den ersten durchgelassen hat. Er wollte gucken, was ich mache. Aber vielleicht jetzt aufladen? Schaffe ich es aufladen? Ist er weg dann? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich keine Schilde mehr. Er hat immer noch eins. Ich glaube nicht, dass ich es mit den Quick Moves schaffe, ihn umzubringen. Nee, natürlich nicht. Ich bin tot, er lebt doch. Und ich nehme alle meine Attacken mit ins Grab. Hätte man zählen müssen, ne? Dann hätte man das gemerkt. Kommen wir mal mit Labras rein. Ein Eis-Splitter reicht. So. Fiyaro. Feuer. Flug. Das heißt, Wasser gegen Feuer passt. Eis gegen Flug passt auch. Dann muss er doch jetzt sicherlich auch schilden. Ja. Wenn er jetzt eine starke Feuerattacke hat, geht er mir natürlich wieder ans Gewürz. Denkt dran, ich habe immer noch... Äh... Sturzflug. Ich habe immer noch... Jetzt soll der wieder den rein. Und macht gleich seinen Move. Ich habe immer noch Nachthara als Gegner. gegen den ich irgendwas hätte machen müssen, unternehmen sollen. Jetzt haben sie meinen Labras hier total vernichtet. Ich mache einfach mal einen Eisstrahl, bevor ich tot bin und... Ja. Ein Eisstrahl. So. Und Giratina darf am Ende nochmal kurz schauen, was es Neues gibt. Ein Schmarotzer. Theoretisch muss ich was vollladen und auf den Gegner zimmern. Ich darf jetzt keine Moves mehr machen, aber ich werde es wohl nicht schaffen, oder? Denn sein Schmarotzer ist auch ziemlich schnell voll, ja. Ja, dann wieder mit gefühlt voller Attacke gestorben. Schmarotzer. Ich würde trotzdem niemals mit einem Nachthara in der Hyperliga kämpfen. Dann mache ich mich auch gar nicht verrückt. Ich mache das einfach nicht. Das mache ich nicht, das möchte ich nicht. Und das ist halt einfach so, ja. Das muss der Gegner, der braucht ja gar nicht so zu gucken, so. Jetzt ist es auch noch unscharf. Jetzt ist es wieder scharf. Xanderpatt. 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 Eis gegen Drache. Muss ich schon wieder wechseln. Vielleicht wechselt er auch. Ne, warum sollte er denn auch wechseln? Ist ja Quatsch. Wir holen das Macho mal rein. Aber jetzt wechselt er bestimmt. Und hat er einen Togakiss am Start. Er hat einen Grisilja. Grisilja auch so ein Ding. Weiß ich auch immer nicht. Was machst du gegen Grisilja jetzt? Es ist schon so lange her wieder mal. Jetzt hat man sich zweimal an die Superliga gewöhnt. Bisschen. Ja, jetzt hast du wieder solche Kunstsorten da. Stimmt, das hätte ich fast verdrängt. Aber nein, er ist ja da. Er existiert, er ist da. Mondgewalt. Ich bin tot. Jetzt Grisilja vielleicht mit Labras. Aber der hat auch Strauchler. Wissen wir ja auch. Warum habe ich jetzt eigentlich Labras reingeholt? Da merkt man wieder diese Abwesenheit, die sich zwischendurch auftut, wenn dann zu viel ist und kurz das Hirn aussetzt. Und man dann einfach nur noch irgendwas macht und denkt, hä? Und dann bereut man es direkt, aber instant. Jetzt mach mal einen Strauchler. Ich habe das Gefühl, ich gerade mit dem Kampf schon abgeschlossen. Das heißt, du kannst jetzt kurz... Ey, so schlimm ist das gar nicht. Ich sehe dich gerade. Ich dachte immer, Strauchler fetzt alles kaputt und haut übelst rein. Lass ich es halt nochmal durch. Ich habe ja gerade nichts zu verlieren. Ich habe ja eigentlich mit dem Match schon abgeschlossen. Also kann ich auch den Strauchler fünfmal durchlassen. So, ich surfe noch eine Runde. Surfer. Natürlich hat es nicht geklappt. Der lebt immer noch. Und hat noch alle Schilde. Aber ich auch. Und weil ich noch alle Schilde habe, schilde ich jetzt. Ich möchte nicht mit zwei Schilden untergehen. Dann halt noch mit einem oder so. Lass mich noch ein bisschen auffüllen. Zeig nochmal, was du da hattest. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Was ist das? Labras. Ah. Und jetzt macht Labras natürlich direkt einen Move. Den wehre ich jetzt ab, weil ich total bekloppt bin. Einfach nur aus dem Grund, weil ich ja meinen Server auch schon voll habe und einfach nur einen Server machen möchte. Ich will nicht alle Moves immer mit ins Grab nehmen. Ich möchte wenigstens den mal kurz zeigen. So, jetzt haben wir den gesehen. Theoretisch kann ich jetzt gehen. Jetzt ist es eh egal. Wow. Und dann habe ich noch einen Drachen-Pokémon gegen ein Eis-Pokémon und kann eigentlich auf sein eigenes Schild mich freuen, was er auch noch hat. Ich muss mal ein Handy halten. Ihr seht gar nicht, dass ich ein Handy habe. Guck. Schattenstoß. Hey. Jetzt habe ich was gelernt und zwar, dass das cool aussieht. Und da hat er eine, da hat er eine, da wird er jetzt auf jeden Fall, ne, ja, hat extra gewartet. Boah, der lebt noch. Aber er hat auch immer noch ein Schild. Und deswegen wird es nochmal kurz spannend. Fahrrad fahren, ne. So spannend ist es gar nicht, wie ich sehe. Naja, trotzdem noch einen in der Hinterhand. Ist halt, ist halt besser am Drücker da. Ne, da muss ich gar nichts vormachen, du. War das jetzt das Erste, das Zweite? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt schon zwei verloren. Das muss doch abwechselnd sein, um den Spannungsbogen zu halten und, äh, für die Pokémon-Belohnung. Genau. Genau. Ein bisschen Statistik. Super Aloy Fairy. Der ist ja total betrunken. Habt ihr das gesehen? Wie der da rumtorgelt. Wieder mit Giratina vorne drin. Langsam reicht's mir. Möchten sie wechseln, der Herr? Ja. Wechseln sie auch? Ne. Was macht der Nachthieb? Nachthieb? Hab ich schon mal gehört. Nachthieb. Guck. Macht er wirklich. Er macht einen Nachthieb. Soll ich jetzt wechseln? Vielleicht hat er schon gewechselt und ich krieg's wieder nicht mit. Drachenklaue, nix. Komm, wir wechseln mal. Weil das geht ja dann relativ schnell. Na, und wieder Gresselia. Vorhin hab ich nicht aufgepasst und nicht hingeguckt. Da hat er Mondgewalt gemacht und mein Macho Mai war weg. Dann schild man halt jetzt mal Mondgewalt ab, wenn er das macht. Und hauen so lange weiter Steine drauf. Der ist ja sowieso, oder ist ja jetzt das? Das ist kein Mondgewalt, oder? Das ist Strauchler. Wir lassen's mal durch. Und jetzt ist es trotzdem Mondgewalt und wir sind weg. Das heißt, ich hab dasselbe nochmal gemacht, was ich eben schon verkackt hab. Und keiner weiß warum. Er bringt mir jetzt es was, wenn ich hiermit kämpf. Ich möchte nicht Labras wieder dem Strauchler aussetzen. Ich teste mich jetzt mal mit Drachen hier ran. So. Normal würde ich ja bei so einem Psycho gern Unlicht nehmen, aber ich habe keine Unlichter. Also guck ich mir nochmal Mondgewalt an. Wie ist das Giratina komplett zerfetzt? Naja, macht einfach Strauchler. Er hat jetzt nicht damit gerechnet. Er hat damit gerechnet, dass ich's so schilde. So rum. Jetzt. Jetzt schilde ich aber. Jetzt macht er nicht nochmal Strauchler, oder? Doch. Hm. Hm. Die Wiege des Herrn sind unergründlich. Gucken wir uns mal das an, was er das macht. Oh, das ist auch sehr effektiv sogar. Ich damit etwa öfter was machen sollen. Sollen wir uns jetzt umbringen lassen? Wir haben noch einen Move. Er hat aber noch das blöde andere Ding. Und wir haben noch. Ach komm, ich schilde jetzt einfach. Ich habe nicht geschildert. Na, zum Glück habe ich nicht geschildert. So. Jetzt. Sein. Sein Wurschtel ist nochmal da. Schilden wir jetzt? Schilden wir nicht? Schilden wir was weiß ich? Keine Ahnung. Ja, wir schilden kurz Nachthieb. Dass wir überleben. Um eine Drachenklaue durchzubringen. Oder so ähnlich. Labras habe ich noch gar nicht drin gehabt. Labras ist doch noch voll. Ach nee. Jetzt. Bevor du mich umbringst, komme ich lieber hier mit ihm rein. Weil was kannst du? Blitzkanone. Verdammt. Hat er nicht. Top-Lade-TM. Wird er niemals ausgeben. Er hat Blitzkanone. Wie gut sind die denn? Haben die heimlich trainiert, ja? Jetzt sinkt auch noch der Angriff. Und ich dachte noch, ich kann, wenn ich sterbe, trotzdem mit dem Giratiner noch einen Geist-Move zünden. Aber werde schon hier gerade von ihm massakriert. Vielleicht hätte ich zwei Drücker später wechseln sollen. Und Fokusstoß auch noch. Und das heißt, jetzt im Endeffekt macht er doch, hat er doch, kriegt er doch. Kriegt er da keinen Abzug. Fokusstoß war nicht. Mark haben. Fokusstoß. Eins von beiden war auf jeden Fall. Und er hat noch ein Schild. Habe ich jetzt nicht gesehen. Gut. Dann bringt das nämlich nichts. Weil jetzt ist das, was ich machen wollte. Jetzt wäre es so gewesen. Aber es kommt gar nicht mehr. Weil er ist einfach tot. Jetzt weiß ich aber, dass ich mindestens zwei Kämpfe verloren habe. Und mich an den ersten nicht mehr erinnern kann. Und hoffe, dass ich den ersten gewonnen habe. Damit ich jetzt die nächsten zwei gewinnen kann. Um dann immer noch drei zu haben oder so. Ach, was weiß ich. Da hast du ja auch gar keine Zeit. Das ist mal mit irgendwas. Da kommt ein Raidboss so. Guckst du mal auf eine Grafik. Da zählst du rum. Das ist hier Flug. Nimmst du Gestein. Freuen sich alle. Und dann bist du hier. Und dann hast du halt 100 Raidbosser auf einmal. Und es geht da reing, da raus. Jetzt, was machst du jetzt wieder? Auf Maromai wechseln. Bist du gleich wieder weg. Am besten drinbleiben. Klingt gut, oder? Drinbleiben. Du musst ja auf Geist gehen eigentlich. Geiststahl. Weil Maromai wechseln. Wechseln nicht gut. Wechseln nicht gut. Führt zu anderen wechseln. Einmal wechseln, dem glaubt man nicht. Also bleiben wir einfach drin. Auch wenn sich das zieht. Und er gefühlt trotzdem immer mal mehr Schaden macht. Wie Icke. Er könnte ja selbst auch mal raus und sagen. Ach, er will jetzt nicht mehr. Es reicht, dass er seine Macht fünfmal demonstriert hat. Jetzt musst du, obwohl du ja eigentlich einen Typen Vorteil hast, gefühlt. Und da musst du trotzdem eher schilden, weil er einfach hundertmal drankommt und so viel Schaden macht. Also Mailmetall ist schon ein... Und Ding. Nutzt eure Meltanbox. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eine kriegt, schreibt es mal in die Kommentare. Da können wir euch helfen. Dass ich ihn jetzt durch... In der Hoffnung, dass ich es noch überlebe. Und nochmal meinen Move zünden kann. Was ist das, Gran Bull? Ich habe nicht drauf geguckt. Was macht... Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann keine... Ich kann keine Kampf-Pokémon reinholen. Ich hole ein... Ein Gummitier... Mit Schleife. Er hat immer noch zwei Schilder. Gran Bull. Ja, schön. Schön machst du das. Ich brauche Labras. Ich brauche Labras jetzt für alles. Alles andere macht... Es funktioniert nicht. Labras muss jetzt kommen. Muss jetzt liefern. Verteidigung sinkt. Jetzt habe ich schon wieder aufs Server gedrückt. Der hätte ihn wahrscheinlich so runter gemacht. Aber egal. Labras. Du machst jetzt noch schnell was. Er stirbt. Der hat noch ein Schild. Der hat noch... Der hat noch beide Schilde. Jetzt ein Strauchler und wir sind fort. Wir sind Harrison. Fort. Er macht... Doch, er macht ein Schild. Ist das so schlimm für dich oder was? Ein Strauchler, komm. Zeig es mir. Das ist der Punkt, an dem du weißt, dass du eigentlich es sein lassen kannst. Er wehrt ja eh ab. Er ist im Vorteil. Er wehrt ab. Er kriegt... Er steckt ein. Er macht... Er tut. Er hat noch. Und das auch. Also... Hätte er lieber mal sein Mailmetall reingeholt, damit ich dem eins draufgebe. Nein, natürlich nicht. Den gefallen tut er einmal nicht. Ach, Adi, du hast gut. Du liegst und schläfst. Machst und tust. Jetzt noch ein Steinhagel. Letzte Überraschung hin raus. Nein, tot. So würde ich das auch ungefähr machen. Aber ein Kampf geht noch. Entweder habe ich jetzt einen gewonnen bis jetzt oder ich habe vier Stück verloren bis jetzt. Ich kann mich leider nicht erinnern. Das ist schon zu lange her. Boah. Holzluder. Oh, wieso? Dann ist das auch noch ein Mann oder was? Macht ihr doch wenigstens einen weiblichen Avatar. Und nenne dich dann Holzluder. Aquahubitze. Haben sie es? Da musst du mal ziehen. Da musst du schon mal damit befassen, was für... was die so haben, ne? Das Ding ist... Der hat, glaube ich, auf Togglekiss gerade gewechselt. Die meisten, die GBL spielen, die spielen halt jeden Tag GBL. Und die kennen alles auswendig. Wenn du einmal in der Woche kurz einmal GBL spielst und dann wechselt schon wieder die Liga und dann hängst du halt da. Du trafst halt wirklich gar nichts. Warum habe ich nicht, als ich gesehen habe, dass er auf Togglekiss gewechselt hat, schnell mein Lapras rein? Warum nicht? Warum nicht? Wieso bin ich drin geblieben und habe jetzt ein fast komplett totes Giratina? Ich will, was er zählen wollte. Mal weniger zählen, mal mehr machen hier mit dem Lapras und so. Guck doch mal, wie schön der macht. Der macht gut Schaden. Also, er bei mir. Ich bei ihm aber auch. Wert nicht mal ab, weil ich denke, das geht so. Jetzt habe ich zwei Halbtode Pokémon. Er hat noch einen sowas. Solga, Leo, Psycho und Schraube. Stahl, Stahl, Stahl. Da kann ich doch mit Giratina punkten, wenn es nicht so tot wäre. Da kann ich doch mit Machemai punkten. Nee, kann ich nicht. Wenn es ja Psycho ist. Wahrscheinlich kann ich mit gar nichts punkten. Aber Lapras überlebt ja sowieso. Was macht der eigentlich? Der greift die ganze Zeit an, macht so gut wie keinen Schaden, hat jetzt aber auch kein Schild mehr. Das macht er mit Absicht. Der will sich hundertmal seinen Move aufheben, um mir jetzt rein zu grätschen. Jetzt bitte. Achso, ich habe ja vorhin erst gemacht. Ich wollte sagen, jetzt bitte Geist. Und was macht er? Er hat ja nichts. Weil er nichts hat, kann er auch nichts machen. So, ich mache das nochmal, damit das Giratina trotzdem gleich stirbt. Nein, das Giratina sollte ihn irgendwie ein bisschen unter Druck setzen, aber jetzt wechsle ich und jetzt komme ich einfach mit dir und weil du bist Stahl und jetzt habe ich drauf und du machst Eisenschädel und hast bestimmt jetzt noch einen Psycho-Move. Er macht doch Eisenschädel. Heißt das, das ist gut für mich, dass ich jetzt einfach so und so mache und ein Kreuzhieb und das Solka Leo besiegt habe mit dem Macho-Mai das erste Mal, dass ich gegen Solka Leo bekäme. Vielleicht sollten wir den Titel ändern. Solka Leo und das Holzluder. Nein! Ein Aquarobit so reicht. Das ist das Macho-Mai weg. Boom! So, und was machen wir jetzt? Drachenklaue oder Schattenstoß? Ich gehe mal auf Schattenstoß. Oh, das war falsch, haben sie das durch das Drachenklaue machen müssen. Das ist viel effektiv und macht viel mehr Schaden. Äh... Soll ich euch was verraten? Ich habe Schmiede verloren. Solka Leo und das Holzluder. Und? Hä? Wir haben halt wirklich einfach alle verloren. Alles komplett. Was habe ich gesagt? Wir steigen noch auf. Auf Rang 10. Und jetzt habe ich ein Set komplett verrissen. Das heißt, wir können höchstens Rang 9 werden. Außer ich verliere wieder alle. Solka Leo und das Holzluder. Ich muss es mir wieder aufschreiben. Schreiben tut es auch nicht. Zoompacks! Wechselt! Sherdox! Ba-ba-bam-bam-bam-bam Ba-ba-bam-bam-bam Nachti Ba-ba-bam-bam-bam Ba-ba-bam-bam-bam Guckt ihr es an. Kreuzi Bis jetzt bin ich guter Dinge. Es ist nämlich noch gar nichts passiert. Woran man irgendwas abschätzen könnte. Ich sage mal so. Er hat zuerst geschildert. Da gönne ich mir natürlich auch eins. Immer dem Gast zuerst einschenken. Und dann hoffen, dass er eher betrunken wird wie du. So. Und? Hast du dein Zoompacks wieder am Start? Ja. Magst du auch noch mal einen Move machen mit deinem Zoompacks? Ja. Aber erst nach meinem Kreuzi, oder? Ja. Und sogar ohne zu schilden. Da kann ich es jetzt auch durchgehen lassen. Weil er muss jetzt der sein, der als nächstes wieder schildert. Der Gast und so. die Frage ist nur, was mache ich? Ich glaube, ich würde jetzt einfach wieder auf Giratina gehen. Da Giratina trotzdem gefühlt seine Moves schnell voll hat. Und er ja noch ein Schild hat. Und dieses Schild muss erst noch weg. Natürlich ist es jetzt nicht weg. Weil er nicht geschildert hat, schilde ich natürlich nicht. Ich muss mich an meine eigenen Regeln halten. Aquabits. So. Und jetzt hat er noch Ace Ventura. Nämlich ein Toggle Kiss. Und jetzt kommen wir rein. Und jetzt greifen wir an. Mit allem, was wir haben. Nö, er hat aufgegeben. Und damit müssten wir, wenn wir alle anderen vier verlieren, trotzdem Rang neun werden. Ich glaube, ein Sieg reicht für den Aufstieg momentan. Wenn ich jetzt schon Rang neun wäre, hätte ich durch diesen einen Sieg wahrscheinlich jetzt dann schon zehn sein können am Ende des Videos. Aber naja, egal. Ziel nicht erreicht. Paar Mautdealers. Hübsche Lady. Mit einem weißen Schlüpfer. Giratina. 24, 90, 25. Was macht man da? Was macht man da? Drachenklaue. Er darf zuerst. Wieso? Auf welchem Blatt Papier steht das? Mit was greift er an? Drachenklaue. Muss ja. Schattenstoß. Wie kann denn er seinen Schattenstoß voll haben, wenn er bei mir 300 Jahre noch gebraucht hat? Liegt wohl am Quick Move. Dass ich, dass er einen Drachen Quick Move hat und ich halt den anderen. Aber ich habe mehr Schaden gemacht als er. Das heißt, er ist gleich wieder vorne. Nein, ist er nicht. denn ich bin vorne. Das wird ihn jetzt Wurmen. Entweder stirbt er oder er schildert. Er stirbt. Gut. Wenigstens Giratina nicht ganz tot. Wir haben immer noch Rihonjo am Start. Was mache ich gegen Rihonjo? Ich weiß es nicht. Labras. Wasser. Labras. Wasser. Obwohl, warte mal, kann der nicht auch einen Kampf Move? Vielleicht sollte ich einfach Maromai reinholen. Der kämpft, bis er kurz vorm Verrecken ist. Eis macht jetzt nichts. Ich hole mal. Na. Er wechselt wieder raus. Aber, wir haben noch Gestein. Moment. Gestein gegen Feuer. Er wird sicherlich jetzt schilden. Und jetzt? Ne, eben nicht. Das Maromai muss ich mir mal aufheben. Ich wollte sagen, und jetzt kann ich wechseln aufs Labras. Da ich vielleicht trotzdem gegen das Feuer, obwohl mit Feuer, er ergrillt mich ja eigentlich. Also er bringt mein Eis zum Schmelzen, aber ich will ja mit Wasserangreifung gegen das Feuer. Das klingt zwar wie in einer Grundschule gerade, aber so ist das doch irgendwie verständlich, was der Gedanke dahinter ist. Er greift auch schon wieder an. Ich weiß nicht, ob es ein Hitzekoller ist oder sonst was oder was auch immer der für Moves macht. Ich lasse es einfach mal durch. Es ist ein Hitzekoller. Es zieht aber nur die Hälfte ab. Der Angriff ist ja schon geschwächt gewesen von ihm. Wir haben jetzt unseren Surfer, den wir anwenden können. Er hat jetzt kein Schild mehr. Er müsste jetzt also weg sein. Ja, damit ist unser Rihon ja noch da, wo wir sogar sehr effektiv sind. Das habe ich denn schon wieder vergessen. Wo war ich denn wieder die letzten fünf Jahre? Wegen Eis gegen Boden oder was? Ne, wegen Eis gegen Gestein. Hä? Wie so Eis? habe ich gehört, was ist denn? Na ja. Wir haben auf jeden Fall den zweiten gewonnen. Das heißt, den einen schieben wir einfach in die letzte Runde und schon haben wir trotzdem Rang 10 erreicht. Wenn es so einfach gehen würde. entschuldigen Sie, ich habe fünf verloren und im nächsten Set zwei gewonnen. Kann ich einen Gewinn in das letzte Set schieben? Nee. Mr. X. Mr. X 1902. Solgaleo und das Holzluder. Titel steht noch. So, wenn ich den jetzt aber, na ja, wechselt raus auf Dragoran. Oiioiioi. Wir setzen ihn aber unter Druck. Habt ihr das gesehen? Dann kann ich ja jetzt mit Lapras reinkommen, weil dann setzen wir ihn ja noch mehr unter Druck. Und dann gehe ich davon, dann gehe ich nicht davon aus, dass der einen Kampfmove jetzt hat, den neuen, frischen, nö ja, Drachenklaue. Super! Dass wir den nicht geschildet haben und den weghauen. Und er reinkommt mit Bisaflor. Jetzt aber Eisstrahl drauf. Kann er schilden? Wird er schilden? Macht er nicht. Hm. Dann bin ich gleich tot. Dann hat er hunderttausendmal natürlich sein. Was machen wir denn jetzt? Er hat kein Schild mehr. Was hat er am Anfang gehabt? Ich komme einfach mit Giratina wieder rein. Hättet er jetzt nach Ablauf der Zeit sowieso Giratina rein? Wir schilden mal. Ich habe jetzt Angst. Ich möchte nicht, dass er eine Matschbombe nimmt und zündet. und er hat jetzt ein Nidoqueen Drachenklaue Dings Nidoqueen Kampf Gift Boden. Das ist alles so viel. Sieht aber trotzdem gut aus. Er hat einen Rankenhieb sicherlich immer noch voll. Ich lasse mal kurz durch. Okay. Das passt. Das dürfte jetzt auch passen. Und dann habe ich immer noch ein Schild übrig. Hätte ich das jetzt geschildert? Obwohl Gift gar nichts ausgemacht hätte. Und der hätte mich dann irgendwann umgebracht. Und dann hätte ich irgendwann hier gestanden mit dem. Und dann hätte der mich umgeniedelt und hätte seine Er hat gar nichts mehr voll gehabt. Worüber mache ich mir eigentlich gerade Sorgen? Dritter Win. Yo. Das heißt vielleicht schaffe ich sogar ein 5-0 und dann zeige ich dass nach einem 0 zu 5 ein 5 zu 0 zum Ausgleich gar nicht mal so verkehrt ist. Aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir nicht. René Jensen. Giratina. Wer darf zuerst? Wer wechselt raus? Wer bleibt denn drin? 2, 4, 7. 6. 7. 2, 4, 7. Ist schon wieder voll. Ist schon wieder voll. Aber ich habe mehr Schaden. Ja, ja. Ich habe mehr Schaden gemacht, aber er hat schneller seine Energie voll. Hat dafür aber weniger Schaden gemacht. Das ist genau ein anderer Quick Move. so. Jetzt auch schon schön gelb. Braun gebacken. Bringt er mich jetzt um? Ich schilde jetzt mal. Denk mal, er wird jetzt auch schön. Ich sage immer, hört es auf, macht es nett, aber jetzt mache ich es selber. was mir, weiß ich nicht, nicht viel bringt. Hätte er wechseln können, aufs Labras ein Rest machen, aber er wechselt noch und kommt trotzdem mit seinem Reihen und macht mich fertig. Jetzt lasse ich es aber durch. Noch ein Schild machst du mir nicht kaputt. Soll ich mit Labras? Ich weiß nicht, was noch kommt. Obwohl doch, Labras hat trotzdem immer schnell sein Zeugs auch voll. Zur Not kann ich auch nochmal rauswechseln auf Maromei, falls irgendwas nicht passt. Du hast einen. Er wartet selber ewig. Er hat auch Wasser. Er hat Aquana drin. Was hat Aquana für Moves? Zuflucht. Guck mal, Server hier drauf. Nicht sehr effektiv. Ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt ein Troll ist oder ob Aquana jetzt hier voll rein cached. Wir probieren mal Eisstrahl gegen das Aquana. Einfach nur Nassschweif. Hm. Kann das noch was anderes setzen, was mich überrascht? Will der mich nur in Sicherheit wiegen? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal Käfer Eis auf das Pass. Ich wechsle dann aber trotzdem, egal was er macht. So. Ich wechsle auch. Ich habe ja noch ein Schill. Wir können hoffentlich hier einen Kreuzheb dann durchziehen. Ich lasse ihn einmal durch. Der dürfte jetzt nicht so brutal sein. Kreuz Schere gegen Kreuz hier. Schild ist noch da. Vielleicht muss das Maromai dann das Aquana fertig machen. So. Das Restenergie vielleicht aufheben. Ja, ist eh schon tot. Und jetzt kommt Aquana und ich sage zum Aquana Moment. Das will ich mir jetzt genauer angucken. Auch nur Nass Schweif. Wie viel hat er davon aufgeladen? Reicht ein Kreuz Hieb am Ende? Müsste. Und er ist tot. Warum nimmt man Aquana? Filinara? Okay, verstehe ich. Äh, Nachthara? Okay, verstehe ich. Achso, ich bin ja noch, einer fehlt ja noch. Jetzt wollte ich hier schon das Zeugs abholen. Sorry. Einer muss noch. Warum Aquana? Warum Aquana? Weil man das Pokémon mag. Brangonator. Aber ansonsten, das ist doch nie im Leben gut gerankt. Nur ein Typ. Und richtig komisch. Boah. Marikardax. Bruder. Ich schwöre. Ich werde wechseln auf Machomai. Es ist mir sowas von egal, was jetzt gleich passiert. Ich wechsle auf das Machomai. Du bist Typ normal und du bist Typ Unlicht und ich bin so heftig brutal gegen dich unterwegs und du kommst mit einem Flug. Wie genial ist das denn? Ich war stark gegen normal und stark gegen Unlicht. Jetzt wechselt er auf Glurak und ich bin wieder stark gegen Feuer und stark gegen Flug. Nur halt jetzt mit Gestein statt mit Kampf. Es hat eine Doppelschwäche. Genau, ich bin hundertfach effektiv. Lass bitte jetzt einen durch. Bitte einen durch. Es macht ja keinen Sinn, wenn er das machen würde. Stimmt schon. Sterbe ich? Halte ich das aus? Ich versuche wahr irgendwie zu überleben? Eine Drachenklaue? Oder schaffe ich es noch mal raus? Nein, ich schaffe gar nichts und bin tot. Dann nehme ich jetzt Labras. Und jetzt hat eine Lohe Kanonade und brennt mich einfach weg. Da wechselt er zweimal raus und ich kann gefühlt nichts machen, obwohl ich so fett am Start war. Noch mal Drachenklaue, hoffe ich. Keine Lohe Kanonade. Ich hebe mir das doch auf. Ja, wieder Drachenklaue. noch mal Drachenklaue, hoffe ich. Warum mache ich eigentlich keinen Move? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich wechseln auf Giratina. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber ich wechsle jetzt auf Giratina. Er wechselt jetzt auch auf seinen Barrikadax. Hat natürlich wahrscheinlich seinen Drachenklauen Move schon wieder voll. Macht einen Nachthieb. Ich überlebe es, aber er macht ihn noch mal. Uh. Was machst du? Was machst du? Lass mich noch mal rein. Kann ich irgendwas, eine Drachenklaue dazwischen auch machen? Du musst jetzt weg. Ich muss irgendeinen Move noch auf deinen Glurak machen und hab einen vollen Move vom Labras beziehungsweise fast zwei volle Moves. Aber das Labras kommt gar nicht mehr. Nein, er hat noch Sumpex. Ich bin so bescheuert. Wieso denke ich die ganze Zeit, das war's und jetzt hat er einfach Sumpex am Start. Also er muss jetzt was machen. Der lädt sicherlich jetzt was auf. Er lädt was auf und will mich ärgern. Und dann habe ich zwar zweimal Surfer voll und kann er nicht ein einziges Mal machen. Wetten? Aqua Hobbitze Labras kommt rein. Ich habe direkt Surfer. Glück habe ich noch einen. auf. mit mit geht das nicht. Das ist nur bei den anderen so. Ja, es ist auch bei den anderen so. Guck, ich habe einen Surfer, wo ich 50 Jahre voll war. Gibt es nur einen? Was ist das? Was macht er bringt mich um? Er versaut mir meinen 5 zu 0 in einen 4 zu 1. Warum? Hätte ich einfach mit dem Surfer vorhin angegriffen auf das Glurack und dann hätte ich noch irgendwas anderes gemacht und dann weiß ich gar nicht was passiert wäre aber ja egal. Auch nicht jetzt kannst du wieder hier drauf drücken und denkst wieder du holst dir das ab zack und dann haut es wieder ab und flieht und du musst die ganze App wieder nehmen und schließen und neu starten damit sich das findet damit sich das reguliert dass du dann normal das fangen kannst also 16 24 geh mal auf die GBL und wir haben Mediti lande 7 großartige Würfel werden 10 12 10 kann eigentlich auch weg zeig mal rang nummer 9 juhu ich hoffe ich bin immer noch durchschnittlich über irgendwas 26 45 ja das passt noch 25 ich bin noch über 50 prozent das ist okay das ist okay da mache ich mich jetzt nicht fett was ist überhaupt heute 22 achso ja heute wechselt sogar wieder nämlich auf hyperliga und berg cup edition superliga am 29 meisterliga das ist bestimmt auch mittwoch ich nehme eine zweite folge dann superliga hyperliga auf obwohl schon meisterliga wäre egal das war es jetzt von meiner seite aus young jubi super freunde schreibt halt mal rein was ihr sagt nehm einfach ein set auf fünf kämpfe so 20 minuten das reicht einmal die woche oder drei sets eine stunde das reicht einmal die woche wenn ich nur ein set auf nehme spiele ich auch nur ein set in der woche dann weiß ich nicht ob ich schaffe bis 20 in den drei Monaten das ist halt das Problem na gut egal da sind noch Geschenke da kommt Baby Cry super Freunde wieso machen die jetzt alle die Geschenke gerade auf weiß ich nicht egal das war es von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal Peace out Vorhaut euer Ramses Tschüss Tschüss